Herzlich Willkommen zu meiner Let's Play Ark, weiterhin mit meiner Wenigkeit. So, der Jan ist nicht da, das Internet ist immer noch weg, weil der kriegt ja heute seine Internetumstellung. Nur für euch, also wenn er da ist, dann ziehe ich ihn wieder runter. Wir fangen ihn jetzt erstmal einen neuen Adler, würde ich sagen, weil seiner ist ja hinüber. Und dass er wieder vielleicht denselben hat, nehmen wir den da oben. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Hab schon ein paar Narkotikum Pfeile und so eingepackt, hab seinen ganzen Kram gelootet. Und jetzt gucken wir mal, dass wir den Adler da oben gefangen bekommen. Da haben wir schon mal die Narkotikum Pfeile. Da ist der... Eigentlich alles keine Tiere, die uns angreifen. Welches Level hat der denn? Scheißegal, komm. Kann wieder nicht schießen. Keine Ahnung. Irgendwas ist hier mega faul. Alter, was ist denn hier Buggy heute? Leck mich einfach an die Füße. Aber jetzt geht's wieder. Lande bitte nicht im Wasser. Oh, der landet im Wasser. Ja, den können wir vergessen. Klasse, Ingo. Ich hätte ihn gern gehabt. Blöd. Das war blöd. Der Plan ist nicht aufgegangen. Ey Gott. Aber gar nicht aufgegangen. Ey, ich bin hier. Möchtest du mich noch angreifen? Ich bin der böse Mann. Ah, guck mal. Vielleicht rafft das ja doch nochmal, mich anzugreifen. Ey. Treffen den auch nicht bis... So, jetzt ist er weg. Hallo? Ist er jetzt runtergeplumpst? Ne, da fliegt er. Okay, den können wir vergessen. Dann müssen wir den da nehmen. Scheiße, voll daneben. Kann doch jetzt hier nicht so ein Problem sein, hier mal gerade so einen Adler zu treffen, oder? Jetzt geht wieder nicht, meine blöde armen Brust. Kann doch sein, dass die Buggy ist in dem Spiel. Seit den letzten Updates. Oh, Scheiße. Das war dumm halt. Oh, Kevin. Jawohl. So, den haben wir. Dann können wir hier ein Narkotikum und Fleisch reinmachen. Zack. Und den Sattel für den Vogel haben wir auch schon. Den haben wir ja hier drin. Den lege ich mir auch mal gerade hier rein. Was macht denn jetzt der Dicke hier? So. Dann zähmen wir ihn mal gleich, einen neuen Adler. Dann haben wir das nämlich gleich hinter uns. Dann haben wir nicht, dass uns jetzt hier irgendwas angreift. Dann haben wir ihn mal gleich, dass uns jetzt hier irgendwas angreiftet. So. Komm, geh weg, Dicke. Möchtet er nichts essen? Gleich ist doch richtig. Ja, klar. Okay. Du trampelst hier alles kaputt. Okay. 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 Okay, pronto. Alles ist gut. Okay. Okay. Okay, jetzt haut er ab. Bitte, hau ab. Warum ist er denn nicht? Hm. Ja, jetzt hat er gegessen. Ja, 41,7. Also noch zweimal. Dann können wir ihn mitnehmen nach Hause erst mal. Dann sollte das eigentlich schon ganz gut funktionieren. Alter. Düst ab, Mann. Hä, hä, hä. Weh, den greift jetzt einer an, Alter. Weil wenn der hier so einen Kreisrundschlag macht, ja, dann haben wir hier alle ein Problem. Ja, dann haben wir aber gleich wieder einen neuen Adler für Jan. Ja, kann er ja in dem Sinne auch nichts dran ändern, ne? Dass er stirbt. Beim Internet-Rip ist natürlich scheiße. Jetzt dreht er wieder um. Geh doch da hinten hin. Okay. Da, 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 da. Ja, sein Internet kommt nicht wieder. Hat er gerade geschrieben. Komm, ess, mein Kleiner, komm. Nom, 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 nom. Ja, das ist halt die Technik von heute, ne? Gigabit-Zeitalter. Welch Internet ist Schneuland, Mutti? Mann. Der Dicke ist nervig. Komm, ess. Ja, schön, hat er das zweite Mal gegessen. Einmal muss er noch, dann sind wir durch. Hauptsache dieses Klau-Vieh da hinten bleibt weg, dass wir gleich nach Hause fliegen können mit dem Dicken hier. Macht dann auch sofort den Sattel da drauf. Dann können wir nämlich sofort mit dem dann nach Hause fliegen und dann, oder dann auch drauf landen, äh, drauf, äh, uns draufsetzen. So. Er levelt dann sowieso wie ein Verrückter, das Vieh. Also daher ist das ja eigentlich nicht so schlimm, ne? Na, nimm mal ein bisschen Narkotikum zu dir. Haben Bock, dass du wach wirst. Alter, wenn der Pronto dahin so brrrr, macht halt, da bebt alles, ne? Aber heute ist allgemein alles so ein bisschen Inkompetenz. So, ich zieg Jan mal runter. Hallo Jan. Hallo. So, ich muss, ich zähl mir schon einen neuen Adler. Bist du gestorben? Ja, du bist gestorben. Ich hab aber alles von dir gerettet. Ja gut. Scheiße. Alter, du bist so geglitten. Ich so, na Jan, Internet weg. Ich so, hallo? Ich so, hallo? Ich so, okay, bewegt sich nicht, Dinosaurier. Okay, ich bin dann mal weg, ne? Hast du jetzt Router ausgesteckt oder ist so wiedergekommen? Ja, ist so wiedergekommen. Internet ist jetzt anscheinend auch schon da. Sehr schön. Da hat sich nach Ping hier am Start. So, äh, Steven. Ich hab so gedacht, ach scheiße, jetzt. Wieso denn jetzt gerade mit dem Kampf? Mit dem Kampf? Junge, ich hab noch beide Prontos alleine down gemacht. Weißt du, immer so mitten am Bauern. Ich hab dann beim Losfliegen gedacht, hoffentlich geht das dann gleich nicht aus oder so. Weißt du, und dann natürlich. Aber wie komisch genau um halb, äh, halb elf wie die ganzen anderen letzten Tage auch. Ja, ach, keine Ahnung, heute Morgen früh, aber also morgens um halb fünf oder so ist das aber auch. Nein, ihr habt aber um halb fünf jedes Mal euer Internet neu eingestellt, letztes Mal. So, Verwaltung, erst mal muss ich ihn hier auf Passiv stellen und dann Verwaltung, dein Ziel angreifen. Nein, Passiv. So, auf jeden Fall hab ich deinen Vogel schon mal. Mit dem flieg ich jetzt erst mal Richtung Heimat. Der zwar nur Level fünf, aber, ja. Der andere, den ich haben wollte, der Level 19 war, der Arschloch ist abgehauen. Ist übers Meer geflogen, dann. Aber bei mir läuft auch irgendwas nicht rund, oder die... Oh, mein Vogel war tot jetzt, oder? Dein Vogel ist tot und du bist tot. Ach so, äh, auch mal. Ihr seid beide gleichzeitig gestorben. Wirklich gleichzeitig. Ach, Mann, nein. Kann auch nichts sagen. Jetzt ganz ehrlich, wenn du jetzt dein Internet hast, das ist doch scheißegal. Das Internet ist wichtiger wie das andere. Ja, oder nicht? Ja. Also, wenn wir das Folgen ausmachen, so, dann hast du dein Vogel steht dann hier schon. Deine Leiche hab ich gelootet. Tue ich die ganzen Sachen, die in deiner Leiche waren, in deinem Vogel rein. Ein Bett hast du gebaut, oder? Boah, hab ich aber wieder abgerissen, weil es zu groß war. Ja, weil dann kannst du nämlich nicht hier spawnen. Dann muss ich nämlich ganz schnell eins bauen. Boah, du spawnst, oder auch, vor du joinst auf dem Server. Boah, ich join schon, aber... Ja, dann brechen. Ja, dann baue ich nämlich ganz schnell ein Bett. Weil sonst hast du nämlich ein Problem. Äh... Hast du gut Luft einweilen? Bett. Fasern, Holz, Leder, Stroh. Ja, da ist doch kein Ding, gerade das Bett zu bauen, Alter. Warte lieber. Ähm... Holz... Holz... Oh... Nur noch Fasern... 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 Herstellen... Habe ich schon... Bauplan, einfach... Der Bett ist im Bau. Und... Oh, komm! Na, komm! Ja, hoch! Zack, 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 Jan! Zack, zack, zack! Zack, zack, zack! Zack, hierhin! Zack! Ja, erstmal den Jan retten, Leute, müssen wir wieder! So, Bett ist platziert! Hallo? Jo? Okay, ich hab gedacht, du wärst schon wieder... Äh, AFK. Wieder rauskriegen hier Hauptmenü. So... So... So, Bett hab ich platziert, dein Vogel hab ich, deine Klamotten sind in deinem Vogel. Ja, aber eigentlich ist nichts passiert, wenn man es jetzt so nimmt. Oh, drei Eier hat hier der Dudu gelegt. Alter, was bist du denn für ein Eierleger, Junge? Können wir uns ja gleich ein Omelett machen. Drei Eier hab ich grad... ...hab ich grad aufgekommen. What the fuck, man? Schön lecker Omelett. So, meine Hose ist wieder Heide. Meine Hose! Hose, Hose, Hose. Ja, Alter, meinst du, was die Viecher reingedonnert haben, Mann, ey? Zwei Dinger mit dem Adler töten, Alter, leck mich an die Füße einfach. Hast meine Klamotten hingelegt? In deinen Adler. Alles, was du benötigst, ist in deinem Adler. Von neun geholt, Alter. Klar. Hab ich doch gesagt. Deiner ist tot. Und einen neun hab ich schon für dich gemacht. Es wird auch Zeit, dass er sich was anzieht, sonst wäre ich notgeil, wenn ich dich sehe. Okay, wir sagen wieder vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss! Tschüss!